Geschichte dazu, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher gehen wir noch mal eine Stufe höher. Es geht aber auch um einen Mann mit unerschöpflicher Leidenschaft. Leidenschaft und zwar für den Sprung. Danja Werner mit wunderbaren Bildern von einem Pionier im deutschen Fallschirmsport. Über 2000 Mal ist Werner Fleick schon gesprungen. Heute ist er 70 und kann es immer noch nicht lassen. Es ist schon ein Riesengefühl. Die absolute Freude und das Gefühl, im freien Fall sich zu bewegen und seinen Körper so zu steuern, ohne dass man die Erde berührt. Das ist so ein Adrenalinstoß in den Körper selber, das ist einfach faszinierend. Fernweh treibt Werner Fleick mit 19 in die USA, nach Wisconsin in Milwaukee. Er arbeitet dort als Installateur und Heizungsbaumeister und spielt in einer Amateurmannschaft Fußball. Mit Extremsport hat er bis dahin nichts am Hut. Dann hat ein Freund von mir gesagt, Mensch, da gibt es einen Fallschirmspringer-Club und für 25 Dollar können wir da mal springen. Wir, Jung, wie wir waren, Inder. Und dann hat mich das so gepackt, dass ich dann das nächste Jahr 1970 in Amerika noch über 200 Sprünge gemacht habe. Zurück in seiner Heimat Almshorn tut er sich mit den damals 15 besten Fallschirmspringern Deutschlands zusammen. Die Geburtsstunde der legendären Gruppe Walters Vögel. Wir waren eine super Truppe. Wir haben uns verstanden und wir mussten uns auch verstehen, weil im Freifall muss man aufeinander sich vertrauen. Man muss eine gewisse Selbstsicherheit auch mitbringen. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt, weil wir auch auf der Erde uns jeden Spaß erlaubt haben. In den 70ern stürzt sich Werner Fleick mit seinen Kumpels fast jedes Wochenende aus dem Flugzeug. Sie gehören zu den deutschen Pionieren im Formationsspringen und bilden als erste Europäer einen sogenannten Zehnerstern. Dieses auf den Punkt, hundertprozentig fit zu sein, zu sagen, okay, jetzt geht das los. Und wir hatten ja immer nur 30, 40 Sekunden, um das zu vollenden. Und das hat jeden von uns ausgezeichnet, dass wir absolut im Kopf frei waren und schnell und zuverlässig. Der Emshorner und seine Mitstreiter haben sich alles selbst beigebracht. Und obwohl sie nur Amateure sind, werden sie deutscher Meister und nehmen an Weltmeisterschaften und Weltcups teil. Immer unterstützend mit dabei Ehefrau Silke, mit der Werner Fleick seit 42 Jahren verheiratet ist. Werner hat mir damals gesagt, bevor wir geheiratet haben, im Standesamt wohlbemerkt, da hat er mich so ein bisschen zur Seite genommen und da hat er zu mir gesagt, Seke, bitte, nimm mir niemals meinen Sport. Und das musste ich ihm versprechen. Seit den 80ern ist Werner Fleick nicht mehr so regelmäßig in der Luft, aber seine Lust ist ungebrochen. Zuletzt sprang er vergangenen Herbst in Stuttgart mit zwei seiner früheren Kollegen von Walters Vögel. Wie meist aus 4000 Metern Höhe. Es war eben wie immer. Ging raus, machten unsere Formationen und sind glücklich gelandet. Solange mir das Freude macht, habe ich da keine Probleme weiter zu springen. Ich bin fit, auch wenn ich 70 bin. Aber was sagt das Alter aus, wenn man gut drauf ist? Gar nichts. Einen Traum hat er noch. Bald in Kalifornien mit anderen über 70-Jährigen eine 30er-Formation springen. Das wäre dann Weltrekord. Superbilder, wirklich faszinierend.